Liebe Lieben, ich bin nämlich jetzt heute auch mal bei euch und zwar mit einem Voice Over und zwar Sarah ist sehr selten bei Rossmann, das heißt wir haben heute meine Must-Haves für Sarah gekauft, meine Rossmann Must-Haves, ihr seht sie auch hier schon, ich liebe die Valentinstagsreihe von Isana, dann so Badezeug, nochmal die Valentinstagsreihe, diese Body Lotion, die ist richtig gut, dann solche Hautstrips, dann iPads, nochmal iPads, weil die neu waren, die habe ich mir auch mitgenommen, dann Haarklammern, dieses Silbershampoo, das soll auch richtig gut sein, Dann auch dieses Trockenshampoo hier, dann diesen Raumduft, boah, ich liebe den, also das sind wirklich so richtig meine Must-Haves bei Rossmann, aber ich kann dazu ja auch mal ein YouTube-Video drehen, Desinfektionsmittel, boah, dieses Wimpernserum, ihr müsst euch das kaufen, das ist so geil, Augenbrauenfärbezeug, das liebe ich auch, dann Badekiste